Ich nehme die Villa. Mein Hypothekenmakler wird sich dann in den nächsten paar Tagen wegen des Kredits in Höhe von 5 Millionen Euro bei dir melden. Was willst du denn mit dem Kredit? Du hast doch mindestens das Fünffache auf dem Konto. Ich brauche natürlich keinen Kredit, ich könnte mir die Villa auch locker in Cash leisten. Nur macht das für mich aus finanzieller Sicht doch überhaupt keinen Sinn, denn wenn ich einen Kredit mit einem Zinssatz von 2,5% nehme und stattdessen mein eigenes Verspartes in einen Indexband investiere, der mir jährlich ca. 10% Rendite bringt, dann habe ich nach Abzügen der Kreditzinsen immer noch 7,5% jährliche Rendite. Also bekommst du die Villa quasi umsonst und verdienst auch noch Geld.